Wir haben nämlich gegen echt viele ähm, auch verbesserte äh, was sind das? Alte Krieger, alte Skelette gekämpft die auch zweier Range und sowas hatten mit ihren Waffen das war schon musste ich mal hingucken also da sind zwei Leute gerade so nur rausgekommen, denen ging es echt schlecht aber gab es für 1600 Kronen wir sind ja gerade, ne, wenn wir wenn wir plus minus null rauskommen und die XP mitnehmen sind wir auf einem guten Weg, wenn wir noch mehr rauskriegen noch besser muss ich eh ach so, ihr habt jetzt keine Verletzung ihr habt ein Level Up, oder? Ja deswegen, wir haben hier, ne Ricky, dir ging es nicht so gut, hast immer noch nach dem nächsten Kampf schon noch wenig HP und ich hab euch aber alle behandelt im Tempel behandeln lassen und Felix, der hat sogar ne kaputte was ist denn das? Niere gehabt wir haben so irgendwie die Niere zerschlitzt der hat minus 60% HP plus seine minus 30 der hat minus 90% HP gerade wenn das zusammenstackt hat aber immer noch 28 ah, der hätte so viel HP man, wenn diese blöde Weekend Hard nicht wäre, ey ach, Mann der hätte so schön viele Sachen so, du hast Brawny, das heißt, du wirst eigentlich Battle ach, du bist ein, du sollst der Duelist werden der der Zweihand-Duelist bist du der Zweihand-Duelist? oder ist das jemand anders? ich glaube, das könntest du sogar werden der der Lone-Wolf-Zweihand-Duelist auf jeden Fall hast du jetzt 70 Hit-Chance du könntest auch einfach ein Stunner werden in zwei, dann könnte man auch gebrauchen noch ein Zweier-Defense-Roll und noch mehr Fatigue, I guess ja, Xander Vierte Xander ist schon ein paar Mal gestorben aber, oh ne, du hast die Axt gekriegt das, ja, du wolltest der Zweihand-Duelist also der Zweihänder-Flankierer werden von der Seite kommen und flanken mhm, OOM ist deswegen Quatsch ich könnte jetzt Lone-Wolf geben da muss ich aber hier unten irgendwie mich so hinbauen dass du das möglichst früh kriegst das sind nämlich nur zwei du musst nur noch einen Step machen wenn wir dir Lone-Wolf geben ich glaube, ich würde dir erst Shield-Expert geben wollen und dann Lone-Wolf weil Shield-Expert kannst du einfach noch in der Reihe arbeiten und hast ein bisschen mehr Defense ja, aber weiter kriegst du Battleforge als nächstes Lone-Wolf kriegst du ziemlich spät Lone-Wolf kriegst du sehr, sehr spät so, und zum Thema von Xan Xan-1, Xan-2, Xan-3 habe ich in Rente geschickt der ist nicht gestorben und jetzt haben wir deswegen Xan-4 nee, es wird achso, hat der ein Shield? ja, stimmt ja, nee, Shield-Expert ist natürlich absolut Shield-Expert ist natürlich ein Quatsch nooo du hast recht ich bin so inter ja, jetzt wird er kein kein Duelist mehr kein Lone-Wolf-Flanker mehr dann wird uns aber Stunner kann er auch nicht werden ja, dann ist er halt ein Shield-Splitter in der Frontline das ist dann halt so dann ist er jetzt ein Shield-Splitter dedicated to splitting shields damit ich da was bisschen machen kann wenn hier wirklich mal jemanden da mit Schilden rumsteht dann tausche ich die mit Sono aus damit er ein bisschen mehr in der Mitte steht ja hast du natürlich völlig recht das war echt dumm das habe ich das war ein Brainfart aber ich sortiere jetzt nicht wieder alles um wir haben sie jetzt nicht so symmetrisch zentriert Bombs ähm Tempel braucht man nicht Armorer die wär so lecker aber können wir uns nicht leisten Geld ist gerade ein bisschen knapp wir müssen erst unsere Farben wieder verkaufen essen ist fein können wir noch ein paar Tools mitnehmen wir sind wieder bei 60 dann sind wir wieder bei 100 Preis ist bei 19 da können wir hier die reparierten Sachen verkaufen den behalte ich mal noch da haben wir noch was repariert ja hier mal noch was repariert das brauchen wir nicht das werden wir glaube ich auch nicht mehr reparieren ja Überblick behalten ist gar nicht so einfach in letzter Zeit so repariere ich denn eigentlich auch alles mit den Sachen die angeschlagen die hier repariere ich nicht mal ich bin da bin ich nicht so smart dass ich darauf warte dass die repariert werden wenn ich es nicht repariere voll auf die Nase ja ich habe zumindest alles noch so glimpflich abhandeln können dass es noch okay war ne Lint Alter Lintwurms lass mich mit deinen scheiß Lintwürmer in Ruhe aber ich brauche noch ein Ranged Dude ein Ranged Dude mit Meli Defense oben drauf Grimwald you are it you are my third Rangie und so let's go ich habe noch einen Ranged Dude einen Sinnvollen ist ja unfassbar und schmangelig dann kriegst du erst mal das hier als so jetzt brauchen wir natürlich auch Rüstung für dich da äh ähm hier kriegst erst mal noch das dazu wir haben nicht so viel Rüstung für dich gerade wir haben keine keine schlechte Rüstungen wir bräuchten noch ein bisschen leichte Rüstung hoffentlich hoffentlich äh hier haben wir noch eine leichte Rüstung sehr gut ähm ja 120er mit minus 5 der Salad Helmet ist echt geil oder? minus 5 120 ohne Vision Einschränkung ich glaube die Fatigue ist ein Problem ähm habt ihr hier vielleicht noch noch generell so ein Base Helmet? hier da so ein so ein wobei 50 ist echt wenig ich glaube ich will schon einen besseren haben 1500 aber echt teuer ne das Geld habe ich gerade nicht du musst erst mal mit einem 50er überleben achso und eine Rüstung da war auch noch eine Rüstung in der Richtung hier die Rüstung da das ist die Backline Ausstattung bei mir die kriegst du halt zack zack ich bin ein ich bin schon wieder ein Feeder ich hab doch den auch noch gekauft aaaaaaah ja behalte ich jetzt behalte ich jetzt haben wir Pech gehabt ich muss mal wieder zum Taxi der Mist da könnte ich vielleicht wieder coole Sachen craften mit dem ganzen Scheiß den ich jetzt habe auch von den Alps und sowas ja hier haben wir gerade keine Aufgabe äh Tavern, Armorer, Tempel also wir haben hier zwei Städte mit Tempel und Armorer nebeneinander Sandstadt und Gelbstadt das ist schon krass und hier oben haben wir dann die Weaponsmiths ne hier oben war Weaponsmiths genau und Armorer nochmal und Training Hall hm also wenn wir jetzt nach Nordstadt so ein Stückchen hier so in dem Bereich das wäre jetzt ganz gut da können wir nämlich mal zur Training Hall vorbeischauen für die neuen Leute wir haben keine fast keine Muni mehr Scheiße habt ihr Muni? Alter habt ihr teure Muni? ihr habt einen Muni aber eure Muni will ich nicht kaufen ui 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 was sind die 820 Stripe of Brigands hört sich eigentlich ganz gut an ähm Deliver Cargo Time in Dambald about a day to the Northwest das wäre auch okay ich würde gerne beide nehmen weil Dambald ist da dann können wir davon hier vielleicht rüber laufen ähm dich haben wir jetzt noch nicht eingesetzt du hast noch volle Köcher und du hast auch noch voll also einen Kampf sollten wir auf jeden Fall schaffen äh dann machen wir die Brigands erstmal weil dann sollten die keine Ambush Trade Roots mehr haben oh das ist aber im Arsch der Welt anderen Forest äh Fortress ist aber weit weg weit weg und vor allem in so komischen Ruinen ich habe Angst ehrlich gesagt ich habe ein bisschen Angst ähm dir fehlt echt das Nimble noch dir fehlt halt 10 XP 10 XP für Nimble aber das Dodge wäre noch gar nicht drauf gerechnet ich glaube wir lieber so rum machen ähm Frage ist will ich jetzt lieber einen meiner meiner ja Felix einen bauen weil er trifft tatsächlich besser und hat ganz gut Defense der ist echt schon ein ganz guter Dude er hat halt nur wenig HP overall aber Defense trifft gut und Battleforged wobei dafür hat er noch eigentlich zu wenig schwere Sachen an hm Frage ist wir nehmen wir dafür raus du bist Level 9 auch wollen wir da entweder Xeni Xeni ist aber ähnlich gut der trifft nur ein bisschen weniger aber der hat dafür die fettere Rüstung an ich glaube ich würde Ben dafür austauschen an der Stelle dass wir hier jemanden haben der ordentlich hält oder Ben kommt hierhin statt Masimodo wobei Masimodo hat glaube ich schon ein paar Skills oder er ist schon deutlich weiter geskillt ja wir sollten jetzt keine Greenskins haben oder engage 9 Stück haben wir 1 Range Dude 1 Range Dude guten Tag ist aber Ben direkt reingestellt ne das ist natürlich suboptimal hier kann er angegriffen werden das ist ja kacke er wollte doch den schießen ne und da ist ein Hooker oh oh den müssen wir wegschieben da müssen wir rein in den wegschieben der hat glaube ich keine 2 Range der hat glaube ich nur eine Range weil der wollte sich direkt revanchieren die Sau ne hm die kann sowieso nicht das Spiel ist gerade sehr aggressiv was das gar nicht sein müsste weil ich habe glaube ich mehr Ranges äh ich habe keine Ausdauer mehr wenn ich da hingehe deswegen gehen wir da hin und hauen den ein sehr gut und du musst weg hier das ist natürlich doof dass er jetzt alles abkriegt ähm hm du gehst da du gehst da ich geh mal mit Xan hier rein halt du kannst werfen 57 nice der erste raus du gehst hier mit rein sehr gut und du gehst mitten rein oh Hund kann ich nicht weil ich eingebaut bin hm ich kann leider auch nicht mehr na gut dann Wuffy do your job auf die der hat denn Rangie dort jetzt gebunden zum Beispiel das ist ja auch ganz gut der hat Steal Bro nice zwei Schüsse einer tot ha ich mag es auch nix der hat nur ein Problem weil hier oben noch offen ist da müsste wir irgendwie noch jemanden eigentlich hinbringen wahrscheinlich so nur den dritten da wann ist der dran na ich bin vorher nicht mehr dran aber er kommt glaube ich nicht in Reichweite zum schlagen oh wuffi wuffi no ihr Arschgeigen meine Rache wird schmerzhaft und bitter werden oder sowas in der Richtung ihr Miesen hier nehmt da ja da sollst du nämlich eigentlich hin manche machen die Hunde nicht das was ich gern von ihnen hätte BATZ BATZ halb tot der hat einfach über den Kopf gebissen so dir gehst du auch nicht mehr so gut ich hoffe du hast keine Range mit der blöden Axt mein Hund geköpft alter ich glaub's hakt äh da gehst du rein dann geh ich hier hin mit Roadfeeder wo ich da hin bin dann kann ich mit Roadfeeder nächste Runde ihn nämlich machen hm 26, 33, 10 ich hab hier hinten bessere Chancen zu treffen ne du musst das mal kurz festzuhalten hey mein Schild ihr Schweine du bist noch dran ne aber du hast den noch an dir dran dann muss ich mit dem hier rein hm wo kann ich jetzt noch was rein werfen hier hier kann ich noch was rein werfen von hinten so so und so einfach mal weg machen ich hab jetzt rausgekommen nach wo ich gerade gestorben bin beim Schwert nur auf den Schaden geachtet dass das Ding aber aus Pappe ist habe ich nicht gesehen und da ist es mit dem Kampf zerbrochen uuuuuh der ist bitter ja der haut ab sehr gut runter gehen das ist natürlich ein Problem das ist mir glaube ich noch nicht passiert noch nicht einmal dass das wirklich irgendwie kaputt gegangen wäre tatsächlich das habe ich noch nicht geschafft du gehst noch mit hier hoch und schneidest den bisschen noch mit auf kann ich von hier aus piksen kann ich geil den sehe ich nicht das ist fies so umstellt es ist wieder Sotillox als letztes dran und das ist alles schon besetzt Max Halbbarkeit ist 100 das hat er nur 23 wie gesagt ich habe noch nie darauf geachtet wie viele Halbbarkeiten meine Sachen so haben wie viel hat denn so meine Axt über 60 also das ist schon ist schon ein bisschen mehr das ist der einzige der glaube ich auf 2er range steht deswegen die fände der mal ein bisschen ich glaube der hätte eh nicht angegriffen der hätte glaube ich eh nicht angegriffen Hundi Hundi macht es nicht sehr schön dass mein Hundi gestorben ist finde ich eine Frechheit Hundetöten sollte verboten sein auch an solchen Spielen finde ich absolut unseriös ja wir haben wieder ein paar Level Ups so no du bist ein Nimble du bist endlich auf Nimble angekommen noch Defense Inni HP Nimble let's go 40% Damage gegen Hitpoints nice achso wir hatten noch mehr Level Ups Sepp du bist halt schon Level 4 also Level tun wir sauschnell wenn du Student hast das geht so viel schneller Plus 4 Ranged Skill Ähm Resolve fixen damit du uns nicht wegläufst Inni fixen damit wir eher dran sind weil du wirst irgendwann mal Overwhelm nehmen und dann nehmen wir wahrscheinlich Anticipation oder Gifted Anticipation weil du weit weg stehst da kriegst du weniger Ranged Sachen würde ich sagen oder halt Dodge generell ja wir haben keine Ranged Defense von daher ist das Quatsch wir kriegen kaum dann nehmen wir lieber lieber Dodge dazu oder halt einfach fucking Gifted wir nehmen nämlich einfach fucking Gifted für noch mehr Treffer sind wir schon mal über 70 das ist ein Resolve ähm und Dodge Schwieger geht man ihm irgendwann deswegen kriegt er noch mehr Inni sehr gut aber ja 23 ist nicht so viel wobei das dann schon ganz schön langer Kampf ist wenn du das wenn es dir komplett zerbrochen ist so Taverna äh ich komme wieder keine Hunde her ne jetzt habe ich wieder Hunde verloren kurz gucken wo die noch sind da habe ich noch einen einen habe ich sogar in Reserve mit Ricky Ricky da ist übrigens jetzt ein Hund und er heißt Witherfang ähm ich habe hier du solltest eigentlich keinen Hund haben auch wenn ich dir Sonic Stickern einen geben wollen würde aber du hast viel zu häufig das Problem dass du keine AP hast um den Hund zu setzen hat das Spiel gemacht war ich nicht auch wenn Sonic so wieder traurig sein wird dass ich ihm seinen Hund genommen habe Sertilux hat seinen noch ja ich habe noch ein paar verteilte Hunde ich glaube es war Sacreds Hund der gestorben ist schade ähm Preise waren hier mit 19 ganz gut uh wir haben eine Great Axe bekommen Hätte ich dem nicht auf Schild gelevelt Mann der hätte sogar ne gute Waffe jetzt das ist doch ne Stufe 2 Axt oder ach man dich brauchen wir nicht und du bist fast repariert dich brauchen wir auch nicht ihr seid mir glaube ich zu schwer für 130 aber der hat Kohle 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 oh Mann ich habe übrigens so viele 105er Helme ich verkaufe mal ein paar 110, 110, 110, 130, 90 die 90er will ich nicht mehr die sind in so einer Position wo das irgendwie Quatsch ist oh Mann ey ich habe sogar ne geile Axt 600 ist durch Stufe 1 Axt 600 ist durch Stufe 1 Axt mit ziemlich großer Sicherheit wenn der 2 hat war für nur 600 ist nicht so viel mach ich mal noch das billige Messer billige Messer das wollen wir auch noch loswerden hm wir brauchen Ammo ja 170 ist dann halt wohl das was wir für die Ammo bezahlen hm Tavern, Marketplace der Alvin lungert hier auch ewig rum ne wir haben ihn einmal bezahlt um ihn zu ausprobieren seitdem ist er einfach da der existiert halt einfach ok ähm Auftrag war hier Dumbled genau das wollten wir auch noch nehmen gehen wir über Himmelsdorf oder? über Himmelsdorf oder über Erzfeste ich glaube im Himmelsdorf gibt es aber nichts so viel zu kaufen oder? da ist ein Wein Beekeeper also da gibt es dann Meat ja da gibt es nicht so viel können wir direkt gehen wir biegen da schon ab also das schneller ist so hoch zu laufen anstatt hier und dann hier hoch zu laufen ich vertraue dem Spiel mal aber finde ich eine merkwürdige Variante wir brauchen den ganzen Tag hin wir machen echt wenig Plus dadurch so da haben wir die 550 äh können wir aber das machen Alp Trophy Necklace plus 5 Resolve können wir Leuten noch mehr Resolve geben Blackpaint Cat Potion plus 20 Initiative Iron Will Potion Lionheart Potion plus 20 Resolve aber nur für einen Kampf ne hier Be brave Be brave das Lippo-Motion inhibits fear und promotes courage up to and including the gross overestimation of one's own's abilities Overindulgence may lead to sickness Drink responsibly last for the next battle genau das wollte ich wissen Night Owl Alexia not affected by night time Smoke Pot Smoke Pot Smoke Pot das wäre tatsächlich was um jemanden zu retten das er einfach rausmoofen kann aber Resolve ist schon sehr wichtig von daher werde ich glaube auf jeden Fall das hier craften äh wo haben wir denn noch jemanden der ein bisschen Resolve braucht hier du brauchst einfach ein bisschen Resolve hier Ben zack wir haben Alps gekillt darf er sich als Aushängeschild hinzupacken Gegengift, jetzt können wir die ganzen Potions nicht mehr machen, auch so ein Smokepot, ein Smokepot könnte man machen, das ist halt so ein, komm aus dem Gefängnis, das freie Kader. Cover 7000 Smokepots, one round allowing anyone inside to move freely and ignore zones of control. Heißt halt auch für den Gegner. Heißt halt auch für den Gegner. Wann bringt mir eigentlich Gift was? Gegen fette Viecher, oder? Wie viel Gegengift haben wir noch? Noch dreimal Gegengift, das soll eigentlich reichen. Mit den 10 kann man irgendwie nur Gegengift craften, kann das sein? Mit diesen Jacked Fangs. Ist nur Gegengift, was man dann craften kann. Night Owl Potion. Das Zeug ist so viel wert. Third Eye und Witch Hair und du kriegst eine Night Owl Potion raus, die 350 wert ist. Also da ist die Benutzung deutlich mehr wert, als die Ingredients. Das verstehe ich immer noch nicht, auch hier. Bei dem Unhold. Unhold Hard. Iron Will Potion war Resolve, ne? Ach ne, bei Non-Permanent Injuries. Dann sind mir die Injuries egal. Hier können wir auf jeden Fall nochmal günstig Dingens mitnehmen. Hier gibt's auch günstiger Ammo, als vorhin gerade. Und ein bisschen Medical Supplies. Roots and Berries. Sind hier günstig, nehmen wir auch noch mit. Was habt ihr hier noch? 200, 790. Hört sich eigentlich gut an. Gelbstadt nach Südost. Da können wir einfach direkt wieder zurück. Wäre auch okay mit dem Holz alles. Was ist das? 620 plus über 3000. Raiding Partys. Geht weg mit euren Raiding Partys. Okay, dann nehmen wir den Contract und gehen wir nach Süden. Okay, der Süden haben wir einen vollen Star. You come across a man who is weak and weary. He explained that he has been searching for his lost dog. But that's, he is just about given up. Before he heads home, he wonders quite loudly. If maybe a night's rest in your company could help him find the energy to seek out his mud for one more day. Ein alter Mann, der seinen Hund sucht, will in unserem Lager pennen, damit er seinen Hund weitersuchen kann? Das schreit übel nach einer Falle. Bin ich trotzdem so nett? Ich meine, es geht um Hunde. Ich bin ja ein Hundemensch. Ich gebe es ja zu. Ich liebe Hunde, aber... Wir haben doch Diebe in unserer Company. Müssten die das nicht mitkriegen, wenn hier jemand irgendwie versucht, was zu klauen? Ach Mann! Ich wäre gern nett, aber ich habe echt Angst, dass jetzt irgendwas schief geht. Aber ey... Der wird doch nicht für uns gut ausgestattet? Beklaut. Ach komm, wir versuchen es. Sit about a fire. Much talk is made about this and that, but the traveler does speak some words which reside within your mind. Long after he's gone. Ten years ago I fought in the battle of many names. Orc against man. The end of a war that struck its name across an entire age. I rode with a cavalry. If you want to know, thousand flank in the mud and swamp at A. Neither are well fit for horse riding, but our commander was having none of that. An orc drove a polearm through that commander's horse and on through the commander himself, taking horses into that muck. A terrible idea. I hear the northern flank far better, but it's no matter. Neither side won that damn fight. Okay, it's just... May you find peace in the roads, traveler. Okay. Okay. Es ist nichts passiert. Er hat uns nur eine Geschichte erzählt von einem Krieg gegen die Orcs. Okay. Und wie sein Commander dumm durch den Sumpf gerannt ist. Okay. Okay. Wir durften nett sein. Wir kommen jetzt übrigens eh durch Himmelsdorf. Auf den Rückweg. Wir durften nett sein, aber das hat übel nach Falle gestunken. Dippen, 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 Dippen. Äh, oh. Ihr wollt kein Holz haben. Halt mal das mal fest. Holz seht ihr euch nicht so. Muni seht ihr euch eher. Wie viel darf ich überhaupt dabei haben? Not carrying more than 300 Units. Aber wir nehmen nochmal einen 50er Stack mit, würde ich sagen. Okay, hier ist gerade absolute Katastrophe. Achso, diese Appling Villagers. Ja, bei euch ist Preis, Preis-Katastrophe, Preis-Apokalypse, alles schlimm. Alles schlimm. Für unsere Ambitionen müssen wir halt eigentlich unsere Rangies gehen, ne? Also eigentlich auch dich hier. Hm. Frage ist, warum wir dafür Sonics mal rausnehmen. Aber der ist halt eigentlich einer der guten. Der richtig guten. Hm, wen würde ich denn dafür rausnehmen? Oh, du hast... Hu, hu, hu. Ups. Da ist ein Schild wohl kaputt gegangen. Ähm. Ja. Hoppala. Und dann nehmen wir Sonu raus. Sonu raus und noch ein Rangie rein. Dann haben wir jetzt wieder Frontline, Backline getrennt. Und du gehst mal da hin. So, so, so. Damit die Seiten ein bisschen von Kämpfern flankiert sind. Mit Bannerlord und Sacred. Die haben zumindest ein bisschen Defense, glaube ich. Wobei, so richtig Defense hat er nicht. Der hat nur eine Rüstung und... Und Damage-Sachen. Wenn die Dodge haben, sind die sogar besser in der Defense. Die Rangies. Also hier ist gerade auch Party, ne? Well supplied. Gibt's hier was Gutes? Nee, wieder nur Müll geliefert. Außer den Hunting-Bow. So, hier kann man aber... Das können wir verkaufen hier. Das ist gut. Da haben wir da auch schon Plus gemacht. 400 für Dice. Könnte man nochmal irgendwo richtig fett die Dice verkaufen, glaube ich. 400 ist echt ein guter Price. Gibt's hier sonst noch was? Well supplied. Was ist hier? 2250. 2350. Lass mich mit euren scheiß Lindwürmern in Ruhe, Mann. Macht die selber. 6. What? Raiding Parties für 6.000. Da seh ich mich ja nicht. Äh, hier. Die Kleinen. Da seh ich mich ja gar nicht. So, was geht hier ab? Since some brigands burned down my old man's farm, I switched the pitchfork for the beer mark. I hope they get what they deserve someday. We got a few of those these gems just come days ago. Bunch that call themselves crown takers traveled through. On their way to Himmelsdorf, they said good coin to be made there. Okay, und ich glaube, ich darf nur zweimal da nachfragen. Ich glaube, der dritte ist immer schon wieder Bullshit. Ja, Geld habe ich gerade nicht mehr so viel und so günstig ist es jetzt hier auch nicht. 18er Preis ist auch nicht so geil zum Verkaufen eigentlich. Ja, Geld brauche ich gerade nicht so sehr. Von daher. Alter, Alvin, geh nach Hause. Keiner will dich. Plus Hitpoints. Minus Resolve. Aha. Plus Iron Lang, plus Iron Jore. Ja, what? Der hat... Der hat zwei gute Trades und drei Sterne in Verteidigung, aber stand leider ohne irgendeinem Level in Verteidigung. Nee. Nochmal Iron Langs. Yo, what? Der kriegt dann, glaube ich, drei bis vier hier immer. Also 35 insgesamt. Ja, der hat halt schon fünf. Der würde dann, dann kriegt der, ich glaube, eins bis drei. Also 20, 25 im Average kommt der dann. Optimist. Moral, plus fünf. Hm, Moral Checks. Ja, ich glaube, wir leveln einfach erstmal unsere Leute, die wir haben. Anstatt neue anzuheuern. Ähm. Hier war jetzt das Lindwurms. Nee, danke. Das will ich auch nicht aus Versehen annehmen. Dann gehen wir jetzt hier wieder nach Norden. Unsere Farben verkaufen. Moment, habe ich die Farben mitgenommen? Hier beim Händler? Nee, habe ich nicht. Jetzt gehen wir Farben verkaufen. Für 417. Ich wollte noch vorher gucken, ob ich irgendwie das verbessern kann. Den Stand. 17 Brigands. Aha. Was für Brigands? Marksmen. Lots of Brigand Raiders. A Brigand Leader. Oh, nee. Nee, euch müssen wir jetzt... Brigand Leader muss jetzt eigentlich nicht noch sein. Ich glaube, euch kriege ich auch irgendwann nochmal. So, hallihallo. Okay, ihr wollt keine Farben haben, by the way. Das geht hier ab. Wieder Discipline Villagers. Tausend ungefähr. Das war die Discipline Villager-Quest. Das war die Discipline Villager-Quest. Dann mache ich lieber, glaube ich, Web-Knechts für XP. Dann mache ich, glaube ich, lieber Web-Knechts. Hunter und Web-Knechts sind die Woods around Filzmus. Welche Woods denn? Die da oben? Nee, die nicht. So viele Woods gibt es ja hier gar nicht. Was sind denn hier around Filzmus? Nee, das auch nicht. Das hier hinten irgendwo? Ich bin ein bisschen verwirrt. Oder da oben noch? Halt, da waren... Da waren Spuren. Da waren Spuren. Alter, yo. Das ist aber nicht around. So richtig. 21. Oh, das sind aber viele. Das sind aber sehr, sehr viele. Dann will ich, glaube ich, keinen Low-Bogen-Dude haben. Dann will ich, glaube ich, lieber noch einen Speer mehr haben. Weil du hast erst 51, Hitchance. Wir stellen uns mal schön so hin. Schön eng beieinander alle. Kommt ihr mir entgegen? Nee, ihr kommt mir nicht ganz entgegen. Ja, ihr kommt aus dem Wald nicht raus, ne, ihr Schweiner? Na gut. Oh, aber das ist... Das ist ein relativ offener Wald. Kommt ein bisschen... Was? Querholzen? Es ist schön, dass ihr alle so schön rankommt. 25, eher. So vier Eier haben wir auch noch um uns rum. Die sind einfach reingelaufen, anscheinend. Hmm. Ich bin mir nicht sicher, was ihr... Alter. Einer, der immer rein, hemmert von hinten. Na, das Problem ist, er hat ja noch nicht so viel Skill. Nice. Wir haben zwei Mal daneben getroffen und den Spinner daneben gekillt. Der hat schon wieder dahin getroffen. Natürlich, ey. Natürlich, Leute. Wie geil ist das denn, ey. So, wir werden hier Spearwall an vielen Stellen. Gegen die Viecher. Und Hunde werden wir nicht loslassen, weil ich so erstmal die Spearwall reinlaufen. Wir haben jeweils. Ja. Okay. Das hat nicht funktioniert. Aber das hat funktioniert. Das finde ich gut. Ich stelle es schon mal hier mit auf. Die Spearwall können wir hier hinsetzen. Hätte man eigentlich nicht machen müssen. Das ist Quatsch. Aber du kannst hier mit reingehen. Bats. Jawollo. Ja, noch einen Hit kriegen wir, glaube ich, nicht, oder? Ne. Noch einen Hit kriegen wir nicht. Da, und du gehst noch mit da hin. Oh, dammit. Das ist schlecht. Ricky? Da. Oh, Gott. Ben. Ricky. Was macht ihr? Das kenne ich besser von euch. Mit der Spearwall. Das ist jetzt problematisch. Das wäre mir hier oben irgendwie umgangen. Mhm. Genau das ist das Problem. Und ich bin ein Idiot. Ich habe keine... Keine Dinge. Es ist kein Gegengift mitgenommen. Uiuiuiuiui. Ja, Rotfeder da unten macht ordentlich wieder... Der macht dann das Spearwall da. Aber da ist es echt... doof gelaufen. Hat trotzdem einen negativen Moralcheck gekriegt. Die Sau. Das ist hier oben ist ein Problem. Da oben ist ein Problem. 49. 29. Hier unten scheint mir ganz gut zu laufen. Deswegen wäre ich, glaube ich, mal hier hochgehen müssen. Und ein Zweifel... Aber ich brauche 4 AP für das Befreien, ne? Das ist gut. Wir gehen raus. Und wir befreien. Nope. Wir befreien nicht. Ähm... Tja. So. Hunde. Lenkt ab. Bitte. Wir brauchen die Hundis. Du hast das ganz gut gehalten. Deswegen bleibst du dabei. Ähm... Befreien. Und noch einen Attack. 80. Ja. Ich glaube, da oben ist eher problematisch. Hunde. Sehr gut. Yes. Hälfte da oben. Das ist sehr, sehr geil. Ähm... 57. 54. Nehmen wir den. Nice. Hier, noch einen Hund. Einfach reinsetzen, net. Sehr gut. 95. Let's go. Let's go. So. Du gehst noch einen Schritt mit nach hinten. Weil ich glaube, wir müssen uns oben verteidigen. Mit der ganzen Masse, die hier rum ist. Ja. Die Hunde müssen halt das bisschen tanken. Das Gegengift hat nicht mitgemacht. Das ist echt dumm. Ja. Der Hund geht halt drauf. Dass der nur zwei Hits getankt hat, ist ein bisschen doof. Hat auch nur zwei Hits getankt. Das ist schlecht. Das sieht sehr, sehr schlecht aus von der Menge her. Oh, oh. Das sieht nach einer Runde aus, wo wir auf die Fresse kriegen. Das sieht sehr nach einer Runde aus, wo wir auf die Fresse kriegen. Nicht befreund. Ne. 32, 29. Sehr schöner Hit. Keine Ausdauung mehr mit Ricky. Das ist schlecht. Befreien. Befreien. Äh. Jetzt habe ich nichts mehr zum Werfen mit Manjoshka. Scheiße. Das ist alles schlecht. Dir ist alles schlecht. Wenn ich da hingehe, darf ich nicht mehr angreifen. Wenn ich da hingehe, darf ich das noch. Und dann kann ich immer noch mich hierhin bewegen. Mach mal hier einen weg. Aber das kann trotzdem sein, dass du wieder stirbst. Ja. Du bist tot. Das Gift ist zu heftig. Killed, Ricky. Sad. Fucking Webknechts, Alter. Webknechts, die ein Surround. Ne, das ist so übel. Wenn du keine Engstellen generieren kannst. Und wenn du nicht ordentlich hättest, äh. Oder wenn du sowas verkackt. Oder sowas. Alter, Vater. Da komme ich nicht hin. Dann muss ich da hin. Und den verteidigen. Sehr schön, John. So muss das. Ich hatte keine AP mehr, um irgendjemandem zu helfen. Du hast eh keine Option anzugreifen. Sehr gut. Fast tot. Fast tot. Okay. Ich werde keinen Schritt mehr machen damit. Puh. Das könnte jetzt eben noch, das Ben sogar auch noch stirbt. Ne, Felix ist es, ne. Muss man echt mal gucken. Der Hund macht jetzt sogar mal was. Vorher haben sie häufig mal daneben gebissen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du hast keine Ausdauer mehr für irgendwas. Hilf ihm mal rauszukommen. Sehr gut, danke. Äh, da ist was. Hm. Muss man einen Schritt weg gehen. Weil da ist eine fette Spinne. Die meine Leute im Nahkampf angehen will. Da komme ich nicht mehr hin. Von da aus kann ich, glaube ich, die noch pieksen. Sehr gut. Und den befreien. Yes, 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 yes. Befreien. Schade. Ich wollte gerade sagen, Bats, aber schade. Ja, du kannst eigentlich noch dort stehen bleiben. Du hast noch gar nichts abgekriegt. Joa. Scheint fast nur von oben zu kommen. Also wir sind, glaube ich, jetzt langsam an dem Punkt, wo sie abhauen wollen. Von daher ist nur Riki gestorben. Müssen wir doch noch ein paar neue Leute suchen. Ich weiß gar nicht, ob Riki ein Tank war. Das sollte mir doch dran schreiben. Wenigstens Tankroll oder weniger. Oder nicht Tankroll. Ich glaube, ich würde direkt in der ersten Runde die Hunde zünden müssen. Damit ich nicht so geswarmt werde. Das wäre, glaube ich, wichtig gewesen. Das ist keine Ausdauung mehr. Sollte ein Tank werden? Ja, ich glaube auch. Ich habe relativ viele Leute, die jetzt Tank werden sollten gehabt. Ich meine, das ist, ja, klar, aber es ist trotzdem schade. Hund und Charakter verlieren ist echt nicht so geil. So, vom Gefühl her. Muss ich mal so sagen. Ähm. Geht's mal mit dem Hund mit, würde ich sagen. Ihr macht da so ein Duo-Ding. Sehr gut. Da oben ist noch ein Eier. Da oben sind noch Eier. Die Eier schlüpfen und die rennen direkt weg. Das ist auch gut. In Spinneneier reinbeißen, das stelle ich mir nicht so geil vor. Das ist was. Das möchte ich nicht erleben. Ja, ich kann nicht noch weiter steppen und schießen. Leider Gottes. Ja, da wurde ich halt auf der Oberseite echt hart überrannt. Aber ich glaube, Ricky war zumindest kein krass teurer Charakter. Also, das finde ich immer noch ein bisschen schade, dass du das nicht nachgucken kannst. Wir befreien mal unseren Zotilux, der sowieso danach noch dran ist. Ne, ich meine dein Background. Meinte ich eher. Ich meinte eher dein Background, ob der teuer war. Das Level war, glaube ich, noch okay. War es nicht krass hochgelevelt, das stimmt. Das ist die nicht direkt mit Wavering Morale starten, die Spinne. Nice, danke Sonics. Guter Hit. Befreien. Befreien. Ach, komm schon. Der hätte man sich schon befreien können. Wäre schon okay gewesen. Jetzt auf. Ja, Ricky, I'm sorry. Vielleicht liegt das an dem Helm. Ich habe diesen orange-roten Helm, äh, gelb-roten Helm, mir mal Sono gegeben. Der ist immer gestorben. Jetzt habe ich den Ricky gegeben, ist er gestorben. Wir haben den auch, wir behalten den auch. Der ist vielleicht einfach cursed. Vielleicht ist es einfach der Helm. Würde ich sagen. Vielleicht ist es der Helm. Ich meine, seitdem Sono den Helm nicht mehr hat, ist er eigentlich gut dabei. Kriegt nicht mehr ständig ins Gesicht. Ne, du kannst klippen, wenn du zurückspulen willst. Klippen, oder Moment, das Video, die kann ich aber auch veröffentlichen kurz. Da kannst du da reingucken, wenn du willst. Ansonsten ist es zurückspulen schwierig, ja. Das stimmt. Äh, ich habe sowieso die ganzen VODs nicht veröffentlicht. Warum eigentlich? Erstmal alle VODs veröffentlichen. Achso. Von dem laufenden Stream kann man, glaube ich, das VOD nicht veröffentlichen. Auch wenn ich da auf Ja jetzt gedrückt habe, steht es immer noch als unveröffentlicht da. Ja, gut. Jetzt haben wir halt keinen Riki mehr. Hier, Sono hat jetzt das. Das ist jetzt der Demik jetzt nicht gut. Aber Sono ist... Na doch, ist ganz okay. Ja, Level Up haben wir jetzt nicht gekriegt. Und das war, glaube ich... Hunt Down with Kills People in the Woods. Achso, das war das Schrat-Ding. Ne, danke. Keine Schrats. Aber müssen wir erstmal dagegen einsaufen. Auf Riki. Hier. Ich erhebe mein Glas auf Riki den Dritten. Den Zweiten. Auf Riki den Zweiten. Möge Riki der Dritte länger leben. Leer, the other day, full of treasure, he said. A long way west of here. Or maybe I'm remembering wrong. Okay, hier sagt er, nach Westen in a Robber's Lair. Nach Westen von Filzmoos. Aha. Hier wahrscheinlich irgendwo oder hier dann? A long way. Könnte aber auch hier sein, ne? Also es wird wirklich am Arsch der Welt dann. Könnte es sein. Some fancy fat merchant also from Westenhold is looking to hire armed guards the other way. Okay, Westenhold hat wohl eine Karawanen-Quest. Was hier just... They wanted to hire strong lads. Äh, Westenhold. Westenhold. Das ist so meine Sachen, die ich kriege, ne? Übrigens, Westenhold sucht Leute. Wollte mir dann so denken. Ja gut. Danke. Hätte ich mir eh denken können, dass es da was geht. Da was gibt. So, komm schon. Ja. Ja. Give it to me. Schöner Gewinn. Schöner Gewinn. Ja, sogar noch besser. Ist noch besser sein können. Ja, wir sind nur bei 18 hier. Verkaufen wir jetzt aber mal. Wait. Doch, das war eine Level-Abarm. Die war nur 600 wert. Die war jetzt 2400 wert. Jo. Wollte ich nicht verkaufen sollen. Dann verkaufen wir jetzt den verfluchten Helm hier. Scheißdruf. Scheißdruf. So, Essen haben wir noch drei Tage lang. Aber Essen ist hier... Ja, wir könnten... Ja, hier. Nehmen wir das nochmal mit. Das ist okay. Ein Falke. Nee. Sonst gibt's hier nix. Taverne Armourer. Könnten wir ein bisschen Platten ranpappen. Oder Double-Mail. 20, 40 obendruf. Master Forged Lintworms Head. Minus 17, Fatigue 300? Äh, stimmt. Lintworms Head ja auch dieses... Neure Blut. Eine Fekte bei Acidic Lintworm Blood. Aber das ist doch... Moment. Minus 17 für 300 ist richtig krass gut. Wir haben doch hier jetzt... Was hast du? Du hast Minus 20 für 290. Okay, das ist ein bisschen besser. Hier, du hattest. Minus 17 für 250. Dafür kostet's halt 23.000. Oder 7.500 wert. Ah. 170er. 170er. 210er. Oh. Oh. Aber ich muss grad erst mal... Nein. 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 Hier, Trading Hall. Grimmwald. Veteran Lessons. Sepp kriegt auch noch mal was. Und Xeli kriegt auch noch mal was. So, für mehr Level-Ups. Schnellere Level-Ups vor allen Dingen. So. Ja, jetzt können wir natürlich gucken hier, ob die wieder irgendwie ein guter Tank dabei ist. Hm. Ne. Die Vision bringt uns nicht so viel da drauf. Miller. Tiny und Athletic. Ha! Aber... Mehr HP hier. Also... Tanken solltet ihr eigentlich ganz gut können, ne? Hat einen ganz guten HP-Roll. Hat dadurch plus 5. Hat hier schon 8. Schaut mal schon mit 8. Hat aber wenig... Ja... Wenig Resolve. Müsste man wieder zum Nimble machen. Aber dafür können wir nicht garantieren, dass er das kriegt. Der hingegen... Kann relativ gut garantieren, dass er... Dass er immer den maximal hohen HP und maximal hohen Defense kriegt. 38 Resolve ist okayisch. Wär halt wieder ein Nimble. Erasion ist ein bisschen doof mit dem Resolve und Impatient. Und kriegt aber bei dem... Ja, Innie hat er auch 107. Will ich mir noch ne... Noch ne Karawanenhand holen. Oh, ein Juggler. Das ist ein seltener. Guter Resolve. Kriegt Defense. Guter Melee-Skill. Hat halt keine HP. Null. Den musst du, glaube ich, zum Fanster machen. Ich glaube, Fanster können reinspringen und direkt attacken. Und das ist, glaube ich, dann auch an die Initiative gebunden. Und dann darf er halt nicht gehittet werden, möglichst. Sonst wird er... Also, bei dem lohnt es ja auch Kolossus nicht zu skillen. Weil er so wenig HP hat. Alter, what? Head schneit, Alter. 6,5k. Ach, ne. Ach, ne. Hier gibt's keinen Auftrag. Weapons Myths. Häää. Häää. Oh. Oh, oh, oh. Ich brauch 8k. Two-handed Masterwork. Two-handed X. Ah. Nur minus 8 Fatigue. Oh, Gott. Actually... Nice stuff. Warte mal, wir hatten jetzt einen One-Hand-Xer, ne? Oh, das ist der, der gerade gestorben ist. Ne, wir hatten einen One-Hand-Xer mit Xan, den vierten. Wir haben noch keinen Flaylor. Tatsächlich. Obwohl das mehrfach-Hitten echt geil ist. Aber hier ist auch wieder Arx-Treuer, weil es in der Stadt ist. Oh, Mann. Oder wir geben hier eine Long-X. Aber der hat einen Shield-Expert. Einen Long-X zu geben, ist absoluter Bullshit. Oh, Mann. Einen Stunner haben wir auch noch nicht, ne? Haben wir noch irgendjemanden, der noch keinen? Du hast noch keinen, aber du hast auch... Ja, doch, du könntest noch ein bisschen... Ben könnte noch ein Stunner werden. Du nett. Du könntest auch ein Stunner sein. Du könntest generell mal ein Stunner sein. Statt dem Schwert. Tatsächlich. Weil da hast du inzwischen 70 Millis-Skill. Kannst schon eine Frontline stehen mit 110 HP und ordentlich Rüstung und so. Ich kann dich schon mehr Frontline lassen. Oh, hier gibt es echt viele gute Waffen. Die ich gerne hätte. Ich glaube, die verkaufen wir jetzt. Aber hier ist es nur 18. Mann. Gute Rüstung, gute Waffen. Okay, hier müssen wir häufiger mal hinkommen. Richtig Cola. Wir brauchen richtig Cola. Für sowas. Wir müssen ein paar davon irgendwann mal jetzt kaufen. Ich will mal eine Named- oder Masterwork-Sachen haben. Aber wir kommen, glaube ich, nicht rechtzeitig. Goblin Raider. Goblin Ambushers. Many Goblin Skirmishers. Goblin Overseer. Das sind Schamane dann, oder? Glaube ich. Kann das sein? Hier geht es meinen Leuten gerade. Wir könnten dich einfach austauschen. Dann treffen wir halt schlechter. Da ist weniger Defense und schlechtere Hitchancen. Aber dafür mit deutlich mehr HP. Weil du halt dieses We-Card nicht hast. Du überlebst länger. So, können wir unsere Aufstellung komplett kompakt machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das versuchen will. 15 Goblin Raider, ohne was dafür zu kriegen. Ich glaube, ich kehre um und gehe nach Tannheim. Tschüss. Macht mir den Goblin Raider alleine. Könnt ihr euch drum kümmern? Ich mache da nichts. Das reparieren wir nochmal. Und das. Wer immer sich darum kümmern will. Ich. Ist nicht meine Aufgabe. Hier gibt es ein abgebranntes Lagerhaus. Das müsste aber 5% more. Ja. Was gibt es hier? 730. Sandwick. Sandwick ist echt weit weg für 730. Das müsste eigentlich voll okay sein. Und da müssten wir eigentlich auch unseren Low-Rangey reinnehmen dürfen. Würde ich sagen. Würde ich behaupten. Trinken wir nochmal was, bevor wir aufbrechen. So. Follow the tracks to the east of Tannheim. 9 Thieves. Das müsste eigentlich gut machbar sein. Hier geblieben, ihr Thieves. Ähm. Ja, da will ich jetzt. Also ich würde gerne da drauf. Aber. Ich glaube, da sollte ich noch nicht drauf. Meine Schildkrötenformation hier. Kann ich mich aber hier hinstellen. damit die anderen sich hier hinter mir auch stellen können. Vielleicht hat ich einen Höhen-Nachteil ein bisschen. So, ob ihr gar nicht kommt. What? So, ob ihr gar nicht kommt. Ähm. Du wartest nochmal. Gehen wir da hin. Und da hin. Ihr seid nur am Defenden. Das ist ja lame. Das ist ja komplett lame. Und da hin. 93. Batz. Die laufen einfach rückwärts. Hey. Und die treffen auch noch die Schweine. So haben wir nicht gewettet. 30 Prozent, ey. Stell dir schon mal da hin, dass du dann den Platz einnehmen kannst. Ja, das ist natürlich jetzt doof hier, ne? Wie viel Defends hat Ben? 50. 86. Okay, dann kann er ja wohl die Spearwall brechen. Batz. Arschkeks da oben am hinten rumstehen. 30. 30. 32. 33. 34. 36. Nehmen wir den. Nice. Sepp hat wieder einen guten Hit gelandet. Guter Mann. Wer die rückwärts laufen will. Wie viel Defends hast du? 53. Ja, dann. Toll. Das ist ja vollkommen in Ordnung. 70. Und let's go da rein. So, neu. Oh, das ist schlecht. Aua. Hat sich Glück nur einmal zugeschlagen. Oh, das ist auch schlecht. What? The fuck? Was würden das, wenn's fertig ist, junger? Junger Padawan hier. Ach so, weil ich einen Range Dude hab. Hä? Deswegen macht er das. Deswegen ist der so unterwegs, wie er unterwegs ist. Aber das ist schlecht. Oh. Aua. Der hittet halt auch noch. Scheiße. Nice. Ich bin mal einen Schritt näher ran, glaube ich, inzwischen. 71. Yes. Den komm ich nicht drum rum, ne? Oh, der ist vor. Nein, der ist nochmal dran. Oh, der macht echt zwei Hits. Der macht zwei 29er Rolls. Und killt Xan. Jetzt sind wir wieder in den Punkt eingekommen, wo das Spiel so. La 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 la. Alle deine Leute sterben. Na 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 na. What the fuck? The fuck? Alter. Mit einer pierced Hand. Das dürfen wir nicht vergessen. Mit einer fucking pierced Hand. Oh, Mann. Ach so. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht meiner. Alter Vater. Alter Vater. Das ist so eine miese Brise. Dass er auch zweimal dran ist, ey. Ja, mein Glück scheint mich zu verlassen. Das habe ich gerade realisiert, ey. Das habe ich gerade realisiert, leider Gottes. Oh, Mann, ey. Kopf ab dafür. Xan geköpft, alter. Krieg aber zumindest, glaube ich, seine Rüstung zurück von Xan. Aber der hat auch mit dem Hammer einfach zweimal gehidet. Und im Zweihandhammer. Das ist so mies. So mies, ey. Alter Vater, ey. Das war ein fucking kleiner Contract. Ja, wir sind gleich wieder an dem Punkt, wo wir alle einsetzen können. Weil wir kaum noch jemanden haben. Der mehr, also der übrig ist oben drüber über die normalen Leute. Oh, Mann. Oh, hier, wir sollten es noch bei ihm fixen. Wobei 27 ist sehr niedrig, ist. Holy shit. Da habe ich nicht drauf geachtet, vielleicht. Wobei, will ich wirklich Defense haben? Ich glaube, ich will lieber den Dodge. Potenziell ein Dodge mitnehmen. Dann Student. So, Telux ist jetzt dafür weiter. Plus 1 Defense. Dafür plus 3 Skill. HP brauchen wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir den Skill halt mit. Und Fatigue brauchen wir halt. Auf jeden Fall bei ihm. Brauchen wir mehr Fatigue. Auch wenn wir... Brawny hat der vor allen Dingen schon. Der hat schon fucking Brawny. Und hat trotzdem so wenig Fatigue. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte jetzt immer so mittelteure genommen. So Karawanenhände und sowas. Aber das ist halt... Das ist halt echt bitter. So, Overwhelm ist Quatsch. Fearsam geht aber. Oder wir geben ihm Gifted. Erstmal. Damit er noch mehr macht. Komm schon. Wir geben ihm Gifted. Plus 3 Defense. Nice. Plus HP. Nice. Plus 4 Fatigue wahrscheinlich. Damit er halt Dinge tun kann. 72% gegen Rüstung von ihm. Der muss halt viel mehr... Ich muss glaube ich an die Ecken setzen eher, oder? Die fetten Tanks. Dass sie die Ecken halten können. Ich glaube immer, die Ecken sind jetzt gerade gestorben. Oh Mann, ey. Reparatur. Von Dingen. Das reparieren. Das reparieren. Ja, das kann man auch schon reparieren. Machen wir mal. Godfather wie Zeus. Wunderschön, guten Tag. Wenige Schilde mehr Double Grip. Äh, ich glaube, das Schild war wurscht. Also, der hat ja auch mit dem Hammer zugehauen. Dass er da einfach getroffen hat. Ich glaube, gegen jemanden, der 40 Melee Defense hatte, ungefähr. War schon ganz schön frech. Der hat irgendwie unter 30er zwei Mal hintereinander getroffen. Und dann glaube ich auch beides mal irgendwie auf dem Kopf oder so. Nee, Kopf war es nicht. Beides mal auf dem Body. Oh Mann. Das bitter. Das ist sehr, sehr bitter. 19. Das kann man alles verkaufen. Das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Also, ich weiß nicht, ob ich das hätte wirklich retten können. Aber ja, ich habe noch keinen einzigen Zweihänder. Außer in meiner Backline hier mit ihm. Ich habe die Quittung gerade kassiert, dass ich hier leveln wollte. Ich wollte Grimwald leveln. Und habe einen von meinen sehr, sehr guten Leuten rausgenommen. Und dafür habe ich halt jetzt kassiert. Hat irgendjemand noch jemand keine 130er Rüstung? Ihr habt alle. Du hast sogar eine deutlich bessere. Du hast Dodge. Deswegen willst du nicht so eine schwere Rüstung. Du hast eine bessere. Und du hast auch wieder Dodge. Du hast sogar Nimble inzwischen. Ja. Also. Ist halt bitter. Ist einfach mal bitter. Was war das hier? Deliver Cargo to Sandwick. Besser als nichts zu machen, oder? Müssen wir halt hier runter wieder. Probieren wir mal, I guess. Verletzungen haben wir nicht, weil einfach alle tot sind. Ach, fuck. Accept this contract. Gibt es hier vielleicht noch jemanden, den wir anheuern wollen? Hier. Wobei wir brauchen Rangetude, brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Und so gut melee werden sie nicht haben. Zu wenig HP für Frontline. Defense auch nicht so gut. Defense auch nicht so gut. Bowyer. Krüppel wollen wir nicht. Hunter. Also hier gibt es gerade unglaublich viele potenzielle Rangies. Und hier ist noch ein Historian. Dammit. Also hier sind gerade zwei Leute, die eigentlich ganz gute Stats hatten. Sind einfach gestorben. Wenn wir nach Sandwick gehen, gehen wir eh hier runter. So in der Richtung. Von daher ab nach Granitschanze. Ab in die Granitschanze. Ach man. Das ärgert mich. Aber da bin ich auch... Ich bin einen Schritt zu nah rangegangen. Und das Spiel hat mich direkt dafür bestraft. Das wollte ich nicht. Oder? Habt ihr irgendwas Sinnvolles verkaufen? Ähm... Preisen? Sogar okay. Dafür, dass es in der Burg ist. Gibt ja nur nicht viel. Okay. Okay. Hier gibt es noch ein Heater-Shield. Ich glaube Heater-Shields würde ich gerne noch ein paar haben, oder? Wobei, wir haben nicht mehr so viele Leute, die das von der Fatigue her tragen können. Maximal Sono. Ne, wir haben eigentlich aktuell gerade genug Heater-Shields. Maze mit Double-Grip und in zwei Hand Cleaver. Macht so viel aus. In meinen Spielen habe ich nur den ersten 80 Tagen Schilde. Ich bin noch dabei, dass ich meine Defense hochholen will. Dass ich halt nicht gehittet werde. Oder zumindest das eigentlich dann überlebe. Aber... Der hatte, glaube ich, noch kein Battleforged. Also ich spiele, glaube ich, anders. Ich habe das schon probiert. In dem Spielstand hier. Mit sehr viel Offensive. Und auch, ich glaube, man hat noch mit zwei Hand Waffen. Und... Es lief nicht so gut. Sag mal mal so. Ich habe sehr viel ins Gesicht gekriegt. Hier haben wir noch einen Hammer. Ich glaube, haben wir noch einen mit dem Hammer? Wir haben niemanden... Doch hier, du spielst Warhammer und du hast einen 70er Hit-Shields. Wir sollten dir wahrscheinlich einen guten Hammer kaufen, wenn wir hier die Option haben. 30 bis 40. Ist doch ein besserer, oder? Yes. Yes, 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 yes. Kann auch zweimal angreifen. Das ist schnell meine Lieblingswaffe geworden. Ja, Cleaver sind schon geil, weil die Gegner halt bluten. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, der hat schon die Hammer-Master. Nee, der hat noch gar keine. Hier, den können wir noch alles machen. Wir können ja auch einfach das Cleaver nehmen, tatsächlich. Stimmt. Aber das halt jetzt gegen Armor so versucht zu benutzen. Aber einen Cleaver haben wir hier gerade keinen guten, wenn ich das richtig sehe. Wir hätten hier nur einen War and Fighting Spear. Ich mag Äxte aus irgendeinem Grund. Ich habe das Gefühl, Äxte haben so einen guten Mischmasch aus Utility mit dem Schildern kaputt machen und Damage. Also gefühlt relativ hohen Damage. Wobei, die haben weniger Damage als Schwerter. Aber sie sind effektiver gegen Rüstungen. Deswegen mag ich sie, glaube ich, ganz gut. Rundle-Decker. Das ist nochmal ein besserer Decker. Wobei, die Decker benutzen wir halt echt nur, wenn es eh vorbei ist. Wir haben keinen Decker-Duellisten. Gibt es 3000 aus für den Warhammer? 225% effektiv gegen Armor. Ich glaube, einen Hammer will ich eigentlich nicht haben. Weil ich benutze nie die Fähigkeit von dem. Das ist eigentlich voll wasted dann. Beim Cleaver wäre schon das Köpfen ganz geil gegen so untote Scheiße. Nacht-Blind. Wie ist das Comble? Comble Moral ist vermittelt bei Mu. Determine. Okay. Okay. Das einzige, was er blöd hat, ist HP. Okay. Und Fatigue. Aber der könnte... Der könnte Nimble Tank... Duellist Bombs werden. Mit 116. 116. Eni. Dodge. Ist das Rikki der Vierte? Wenn die zwei Steine noch auf... Auf der Millie wären. Aber er kriegt nicht viel Defense. Er kriegt nicht viel Base Defense. Er hat zwar einen hohen Anfangswert, aber er kriegt nicht viel Base Defense. Na. Und die HP sind zu niedrig für Nimble. Bei Achsenhammer braucht man auch keinen Fatigue, weil die eh nur einmal angreifen können. Das ist auch gut. Ne. Der Einhandhammer kann zweimal angreifen. Und die Einhandachs kann auch zweimal angreifen. Also alle Einhandwaffen können zweimal angreifen in der Runde. Wenn du genug Fatigue hast. Die Zweihandwaffen können nur einmal angreifen. Ne. Ich greife die ganze Zeit zweimal mit meinem Hammer an. Ne. Also das... Das sieht schon ein bisschen juicy aus, aber die zwei Sterne wären schon gut hier. Wir wollen ja überleben. Konrad. Cell Sword. Der könnte geil sein. Kost 2000. Athletic. Hat aber nicht so geile Rolls. Kriegt aber ein bisschen HP. Okay. Oh. Ne. Oder... Der trifft halt schon ganz gut. Der trifft halt auch schon ganz gut. Hm. Ich glaube der kann auch geil sein. Wenn er nicht so viel Minus Range Defense kriegt. Fucking. Fuck. Adventurous Noble, Alter. Was hat er? Plus 10 Hitpoints minus Fatigue. Nicht so gut. Minus 4. 62. Und hat keine Moralchecks, wenn er Damage kriegt. Hat halt minimal HP. Minimum HP. Ne. Auch irgendwie nicht so geil. Nicht das, was ich gerne hätte. Fagen wir mal so. Gehen wir mal nach Dammwald. Vielleicht noch ein bisschen Holz kaufen. Wenn es denen gerade ganz gut gehen könnte. Wir brauchen mal wieder Tools. So Tools werden weniger. Brigands. Marksman Thug. Oh. Guck mal. Die werden eh gejagt. Von der First Dammwald Company. Oh. Nochmal. Okay. Das ist der, das Gerücht von Filzmoos. Weit im Westen gäbe es hier wohl eine Loot Cave. Die sollten wir, glaube ich, demnächst mal machen. Die wollen wir auf jeden Fall XP mitnehmen. Rein da. Guten Tag. Es ist schon, welche gehittet wurden, das ich nicht gesehen habe hier. Ich will euch doch helfen. Nehmt mich mit. Die haben alle Relentless. Alle. Alle. Fucking Relentless. Okay. Die sind viel näher gespawnt. Schwanerei. Ich glaube, hier kriege ich nicht viel ab. Hier kann ich, glaube ich, nur zugucken. Dann sehen wir, wenn ich ein bisschen Loot abkriege wenigstens. Oder irgendwo mal ein Snipe mit Sonics. Würde ich da sehen. Wir müssen hier komplett außen rumlaufen, um da irgendwie noch an was ranzukommen. Weil hier unten werden wir keinen Platz haben zum Fighten. Ich glaube, die gehen in den Low Ground. Die gehen in den Low Ground. Die irren. Ja, ja. Loot gibt es nur bei Last. Das ist richtig. XP und Loot gibt es nur bei Last. Ne. Ich habe einen Holy War. Und ich habe mich komplett in den Fall rausgezogen. Weil ich nur auf die Fresse kriege von den Südländern. Die Schweine. Die gehen mir so hart ins Gesicht. Ich habe die Krise noch nicht hinter mir, soweit ich das weiß. 66 Prozent. Nice. Last it. Über die ganze Kader. Es ist nur noch der. Ja, okay. Der wird es eh nicht überleben, die Runde. Würde ich mal sagen. Der rennt nicht weg. Finde ich geil. Aha, aha, aha. Jetzt rennt er weg. Ich glaube, der kriegt jetzt das Gesicht. Hm. Who could have guessed? Yes. Ich will den Skippen. Wir machen den eh platt. Ich komme da eh nicht hin. Wenn er es überlebt, kann Sonic noch einen Snipes versuchen. A Snipes love. Ich kann sagen, ob die ihn jetzt nicht killen. Hey, 20 XP. Ey, und ein bisschen Loot. Unser Scavenger hat da vor allem was gemacht. Nice. Darf ich das einfach komplett for free haben? Ich überlege wirklich, ob ich hier rein will. Ob ich da rein gehe. Wir saven mal die Campaign. Da könnte es halt was geiles geben, tatsächlich. Some Brigand Marks mit Many Raiders. Wir haben drei Fernkämpfer. Some müsste maximal vier oder fünf sein. Hm. Ich glaube, ich würde Grimwald rausnehmen und dafür ihn. Und dann würde man einfach bei Nacht reingehen. Würde ich sagen. Bei mir wurde hier erzählt, hier gibt es was. Oh, die haben einen Höhenvorteil. Ugh. Das ist ja doppel ekelhaft. Aha. Klar. Ne Ktülig. What the fuck? Was ist denn das für ein Map-Layout? What the hell? Geht's doch. Wie würde das Spiel hier irgendwas sagen? Und die dürfen alle von da oben runterschießen. What? Ja, jetzt wirft der gleich noch mit so einem heftigen Ding. Yo, what? Yo. Pff. Klar. Woher hier noch alles ist, Alter. Ähm. Ich muss mich hinter meinen Leuten verstecken. Gabels. Wunderschönen guten Tag. Hallihallo. Ja. Bin ich so weit vor? Ja, schon, ne? Weil ich will ja den Höhenunterschied hier wenigstens weg haben. Wunderschönen guten Tag. Gehen wir mal hier hoch schon mal. Ja, und du gehst mit hier hinterher. Weiter geht leider nicht. Also, das ist ja mal ne... Die sind komplett hier auf einer Anhöhe, ne? Hier, das ist alles Anhöhe von denen, die oberste. Was ne Frechheit, ey. Was ne Frechheit. Ich will dich hier unten mit durch. Ich glaube, ich würde am liebsten hier unten nur rein. Aber das ist übel eng hier. Zumindest von dem, was ich bis jetzt sehe. Ähm. Schlecht. 48, ey. 30. 45. Ja, wird halt schwierig. Ach, der wirft jetzt da rein. Scheiße. Der wirft den... Oh, ich hoffe, Sonix stirbt jetzt nicht direkt und nimmt einen Hit, den der hier wirft. Der hat nämlich, glaube ich, keine Rüstung. Der Sonix hat literally null. Der hat 65er Rüstung. Da werden wir uns, glaube ich, sogar mit dem hier davor stellen, glaube ich. Weil der hat ein bisschen mehr Rüstung. Bin da nicht rangekommen an den Scheißwerfer. Ich weiß nicht, ob ich zuerst dran bin. Ich bin zuerst dran. Ich kann ihn rangehen. Sehr gut, dann darf er nicht werfen. Uh. Jetzt kann ich nur meinen eigenen nicht abschießen. 45, 25. Schade. Dass die... Alter. Dass die so viele Rangies haben. Und... Auf... Yo, der steht hinter jemanden. Mach mal halblang. Ähm. Das sind alles... What the fuck? Ja. Ich kann nicht mehr mehr laufen. Fuck, ey. Yo. Das... Das ist schlecht. Dit is schlecht. Men, du kannst... Doch, du kannst noch attacken, wenn du da hingehst. Aber du triffst leider nicht. Au. Rein da. Hol die Leute da runter. Okay, sie kommen jetzt raus. Weil sie an meine Backline rankommen, so wie ich mich hingestellt habe. Ich bin ja nicht gut vorwärts gelaufen. Sag mal so. Hier, Wuffi. Mach ihn. Halt ihn auf. Hm. So. Jetzt sind wir erstmal oben. So ein bisschen auf der gleichen Ebene wie sie. Durchschnitt ist natürlich ein Nachteil. Durch den Höhenunterschied. 73. Sehr gut. Du bleibst, glaube ich, einfach stehen. Ja, werfen ist nicht mit dir. Aber du kannst stunnen. Für nächste Runde. 45, 25, 30. Urgh. Das ist ja alles shit. Der ist gestunnt. Das ist sehr gut. Du läufst mal hier oben rum. Du kannst eigentlich ganz gut für dich alleine kämpfen. Wir setzen mal noch hier einen Hund hin, dass der vielleicht hier auf die Ranges geht. Yes. Guter Wuffi. Du kommst da zwar hin, aber dann ist es vorbei. Puhu. Ei, 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 ei. Oh. Aber du bist gestunnt, ne? Das heißt, ich darf einfach weglaufen. Sehr gut. Dann mache ich das doch. Dann lasse ich mir das nicht zweimal sagen. Der hat jetzt einen Höhenvorteil auf ihn. Aber den machen wir einen Piekser und gaben uns. Aua. Aua. Arma Wuffi. Die schießen einfach über ihre eigenen Leute, ne? Und treffen. Alter Scheiße. Aua. Zum Glück sind die nicht so geskillt. Wenn die noch den Armbrust-Skill hätten, ey. Ja, es war klar, dass er auf ihn geht, weil er unter ihm steht. 70er. Zwei 70er. Nicht. Ich habe 2 70. Ach, come on. Spiel. Jetzt wird es aber frech. Und da durfte ich übrigens den Hammer zweimal angreifen. Oh. Das sieht nicht nach einem guten Deal aus, das ich hier gemacht habe. Also, diese Kartengeneration war eine absolute Frechheit. 75. Komm schon. Yes. 35. 55. Ach. Der rennt sehr gut. Ihr habt hier noch einen Highground, ne? Äh. Deswegen steht er da, wo er steht. Aber wenn ich hier zwei binden kann, habe ich schon ja einen Zahlenvorteil. Wenn ich jetzt rangehe, müsste ich den wegschieben, um überhaupt hochzukommen. Ich lasse ihn einfach mal da stehen, würde ich sagen. 23. Alter, ey. Ihr seid halt im Shield worden, ne? So. So. Ich sehe, die kann da durch. Den sammeln wir halt nicht nochmal. 76. Ach, come on. 76 und trotzdem nicht getroffen. Okay. Ihr kommt nicht ran. Ähm. Ähm. 41. 47. Yes. Guter Schuss. Guten Appetit. Oder viel Erfolg beim Kochen, würde ich mal sagen. Also ich sag mal so. Wenn ich jetzt hier nochmal jemanden verliere, jetzt in diesem Kampf, lade ich neu. Und probiere es nochmal. So. Du hast wie viel... Puh. Fatigue ist nicht mehr bei dir, ne? Das haben wir mir dann abgestochen, wenigstens. Okay, du kommst. Dann kann ich hier oben reinlaufen. Alter. Das läuft nicht. Der Overwhelm dich mal. Meine Tanks tanken zu viel. So viel können sie nicht tanken. Oh, hier geht's auf Duelist. Bist Overwhelm und gehst auf Duelist. So ne Sau. Wir wollen hier hinten, glaube ich, die Ranges mal lieber ein bisschen auseinandernehmen. Du rennst. Dann brauche ich dich, glaube ich, nicht töten. Könnte ich tatsächlich versuchen. Aber ich glaube, ich gehe lieber auf dich. Schade. Yes. Der rennt auch. Das ist schon mal ein guter Anfang hier. Meine Leute erst mal auf den hohen Bereich gekriegt. So, verteidige dich. Wenn du schubst, hast du nur noch einen AP, ne? Dann gehst du Tillux jetzt da mal rein. Knobbeln. 53, ey. Verteidigen. 27, der trifft halt gar nichts gerade. Oh. Ich stehe hier ungedeckt. Mit dem Mann. Äh. Ja. Mal durchatmen. Sehr gut. Einer weniger. Das ist ja ein wirkliches Abhill-Battle hier. Bitte nicht treffen. Okay. Ich kann jetzt hier den High-Ground nehmen mit ihm. Dann ist er aber auch schon wieder durch mit Ausdauer. Sehr schöner Schuss. Sehr schöner Schuss. Ziemlich wichtig. Hier stehen noch Nahkämpfer dran. Deswegen. Ah, ich kann noch nicht durch. Dann. Piks mal einfach auf dir rum. Dann geh ich hier vorne weiter. Uh. Ah, scheiße, ey. Hör auf zuhauen. 43, 63. Piks. Motherfucker. So, mit denen auch noch. Die hat auch keinen Bock mehr. Das ist sehr gut. Verteidigst dich. Schade, keinen. Da kommt noch einer, ne? Den darf ich nicht ganz vergessen hier. Bats. Jüss. Können wir nämlich noch einen Step ran machen? Wobei, die dürfen noch schießen. Ja. Ich hoffe, deine Rüstung hält das. Jetzt darfst du nicht mehr schießen. Ihr rennt, Anna. Du. Ah, puf. Da will ich nicht rein. Dann haust du einfach den, würde ich sagen. Aua. Na gut, auf den geht es sogar noch. Der hat noch nicht viel abgekriegt. Rein da. Errund nimmt den nächsten. Finde ich gut. Der ist halt ein Problem. Der kommt da halt noch dazu. Gehen wir hier hin. Dann müssen die Leute langsam platt machen. Die hier noch rumkruppeln. Wir können mal Related Troops machen. Wir haben ein paar Leute, denen es nicht so gut geht. Die sich nicht so sehr freuen, dass wir die hier machen. Sehr gut. Jetzt laufen hier noch mehr. Yes, 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 yes. Einen Schritt nach vorne. 33. Da kann ich meinen eigenen treffen. Das will ich nicht. Deswegen auf dich. Der hier ist halt wirklich das Problem. Deswegen will ich eigentlich hier oben hin. 62. Ah, keine Verletzung geschafft. Der hält mich da oben echt lange auf, die Sau. Dann. Und dann. Yes. 54, 44. Hier. Nicht weglaufen, mein Freund. Schlechte Idee. Schlechte Idee. So. Was machen wir eigentlich mit dir? Wobei du hast nicht so viel Ausdauer. Geh mal hier hoch, weil du kommst eh nicht mehr dazu, was zu tun. Ach, der Hund geht dann da hin. Hm. Suboptimal. Sagen wir mal so. 78. Yes. Der nächste down. Der ist halt noch gefährlich. Ui, 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 ui. Die halten sich da oben schön auf. Also mein Zotillux kann viel, viel tanken. Aber ich kann nicht über zwei Höhenunterschiede machen, ne? Ja, Alia Loxan, war dein Internet down, oder wat? Ein Wunderschön. Hab ich schon gewundert, wo du geblieben bist? Ich hoffe, dir geht's gut. Alles im Load bei dir. Eventuell bist du mir schon wieder verreckt. Aber nur ganz eventuell. Hab keine Ausdauer mehr auf dem. Naja, das trifft sich mal schlechter. Bin jetzt hier aus der neuen... Achso, du bist umgezogen. Das hab ich... Das ging an mir vorbei, glaub ich. Ähm... Ich glaub, ich darf nicht mehr diese Runde angreifen. Nope. Aber schön, dass du Internet hast. Freut mich. Gutes Internet? Schlechtes Internet? Mittelprächtiges Internet? Deutsches Internet? Also schlechtes? Ist der immer noch Bock hat zu fighten? Jetzt nicht mehr? Sehr gut. Dann stirbt auch jetzt hier niemand. Dann stirbt niemand mehr. Ziemlich sicher. Außer hier oben. Der macht plötzlich einen Roundhouse-Kick und... ...latzt mir die Leute weg. Sehr nice. Oh, ähm... Ist schon mal gut. Ein Vertrag bin ich schon seit Mitte Januar hier. Aber bis alles da ist und so dauert es mal ein wenig. Das stimmt. Ja, außer man muss noch eine Horror-Aktion machen wie ich. Aber, ja, ansonsten, ja. Stimme ich dir zu. Ja. Blute, du Sau. Jawohl. Blute, du Sau. Blute für mich. Oh. Hätte ich eingreifen können, glaub ich. Ich hoffe, es lohnt sich wenigstens bei den Loot, den wir hier kriegen. Wenn sie hier noch nur Shit-Loot rauskommen, dann wird es echt blöd. So. Wir haben auf jeden Fall einiges an XP gekriegt. Ja. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es geil ist. Arming's Souls sind ganz nett. Und 50, das ist ja... Puh. Puh. Das ist irgendwie alles ganz schön... ...wenig berauschend. Muss ich mal so sagen. Von dem, was wir gekriegt haben. Moment mal, das hat ja sogar Stacks. Das Essen macht ja sogar Stacks. Das ist irgendwie... Dafür haben wir wenig gekriegt. Aber wir sind zumindest nicht gestorben. Wir haben XP gekriegt. Von daher ist alles okay. Vor allem noch eine Woche Krankenhaus. Und dann eine Woche Arbeitsunthauglichkeit. Post-OP. Dazu kommt. Das glaube ich dir. Das ist dann natürlich blöd. Das glaube ich dir, Oxan. Aber ich hoffe, dir geht es sonst jetzt gut. Nach OP und allem. So, wie gesagt. Oxan, du bist mir leider, glaube ich, wieder gestorben. Zusammen mit Ricky. Ricky und Oxan. Ihr seid die beiden, die mir heute gestorben sind. Ja. Müssen wir ein bisschen gucken. Geht schon weiter ganz gut. Das freut mich. Warum denn... Warum denn plus 1 Defense, Mann? Das ist doch scheiße. Der hat kein Shield-Export. Der könnte unsere Zweihand-Duelist werden sonst. Moment. Er hat... Achso. Er hat Minus-Prozent, weil er besoffen ist. Der hat gerade besoffen gekämpft. Oh Mann. Aber der wird halt immer getroffen. Also er ist noch mit dem Lone Wolf geben. Boah. Der bräuchte dann Pathfinder oder sowas. Mit der Randsteppen kann auf jedem Untergrund. Und dann noch geben. Und auf jeden Fall kaputt schlagen. Ich glaube, ich werde von dem Werfen von ihm bald absehen. Ja. Guter Backliner. Nur, dass er halt unglaublich viele HP und Fatigue hat. Deswegen kann er auch schwere Rüstung tragen. Deswegen ist er bei mir tatsächlich ganz vorne mit. Deswegen hat er aber gerade auf die Nase gekriegt, weil wenig Defense hat ausgesehen von seinem Schild. Und mein Imba-Schildträger ist inzwischen bei Indie 15. Ja, sowas in der Richtung breche ich irgendwie auch. Moment. Sertilux ist glaube ich derjenige. Oder hier. Bei Xili so ein bisschen. Ich glaube, Sertilux sogar noch mehr. Was geben wir denn jetzt noch für einen Perk? Berserk eher nicht. Killing Frenzy. Ich glaube, so oft würde er nicht killen. Der ist eher unser Stunner, wenn dann. Also von daher würde ich immer die Maze Mastery geben zum Stunnen. Zwei-Panel-Modifier mit minus 13 und minus 15 Initiative. Das ist natürlich ungünstig. So, dann hat er seine beiden. Er könnte noch Gifted kriegen demnächst. So, wir haben Ben den Dritten hier. Ben den Dritten. Du sollst ein Nimble-Tank werden. Plus 3 ist ja schon mal sehr geil. Er kriegt aber ja immer. Wir brauchen die HP auf jeden Fall. Geben wir ihm jetzt noch mehr Dodge. Für mehr Defense. Oder geben wir ihm doch mehr Hit-Chance. Ah, es ist verlockend. Es ist verlockend, mehr Hit-Chance zu geben. Oder mehr Resolve. Resolve ist eigentlich mit unserem Bannerträger relativ gut gefixt. Wir haben irgendwie plus 12 Resolve auf alle, die in der Nähe stehen. Da müssen wir eigentlich nicht allzu viel machen. Der hat also irgendwie 56 Resolve dann, wenn John in der Nähe ist. Initiative für mehr Overwhelm. Ha! Habe ich nur Probleme mit über 4 Geistern. Ich hasse Geister. Ich hasse Geister mit einer fucking Passion. Drecksviecher. Absolute Mistdinger. Können sich sonst wo vergraben gehen. Aber ich glaube, er hat nur 55 Fatigue. Der braucht noch ein bisschen mehr Fatigue generell, wenn er überhaupt was machen kann. 100 Fatigue, wie wir schon haben, glaube ich, ne? Nehmen wir das mal mit. So, und dann kriegt er, glaube ich, Overwhelm, weil er 100 Inni hat. Ja. Sind easy, wenn wir gleich zu Necroservants. Ich habe inzwischen Necroservants gekillt. Zwar nicht in diesem Spielstand, Xan, aber ich habe inzwischen welche gekillt. Ich hatte eine Karawanen-Mission, wo mich 4 Necroservants überfallen haben. Und ich habe es hingekriegt. Ich konnte nur die Karawane nicht retten, weil die Esel die ganze Zeit ausgezutscht wurden. Das heißt natürlich, dass meine Leute nicht ausgezutscht werden, aber Karawanen ist danach halt durch. So, und du sollst ein Battleforge-Tank werden. Defense nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Mehr Fatigue für noch schwere Sachen. Aber du hast schon echt schwere Sachen an. Viel sind easy, mach mal 20, wow. Wo man sich Builds oder andere Tutorials anschauen kann. Rebels 2000, ich habe keine Ahnung. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Du hast einen wilden Ritt vor dir. Und ein bisschen Lernkurve. Je nachdem, wie schnell du bist. Ich sage mal zwischen 5 und 30 Stunden Lernkurve. Aber ich habe keine Ahnung. Ich gucke mir Builds nicht an. Ich probiere das aus, denke mir das selber, habe mir die Skills ein bisschen durchgelesen. Ich habe Hand of Blood Let's Play geguckt. Und daran mich ein bisschen orientiert. Was ich haben will, was ich nicht haben will. Ich habe mir keine Builds angeguckt. Vielleicht war jetzt da Xan was. Oder jemand anderes im Chat kann vielleicht ein bisschen helfen. Weiß ich nicht, wie es da aussieht bei euch, Leute. Ich kann da nicht weiterhelfen. Tut mir leid. So. Wenn du aber ein Tank sein wirst, brauchst du auf jeden Fall auch HP. Ich habe Band 3 Streams zugesehen und danach bin ich Solo rumgelatscht für gescheite Builds. Feeding Friendly hat 4K Stunden in dem Spiel und macht Videos. Ah genau, stimmt. Das hat Hand of Blood auch erwähnt. Feeding Friendly. Auf jeden Fall würde ich gerne die 3 HP noch mitnehmen. Auch wenn das glaube ich der Minimalroll ist bei einem Stern. Fatigue sieht erstmal okay aus. Zum aktuellen Zeitpunkt. Will ich mit dem mehr treffen. Weil aktuell habe ich langsam das Gefühl, ich habe ein Problem mit meinem Hits. Mit meinem Treffoption. Und plus 2 wäre zumindest Average. Ein paar mehr Prozente hitten mit Xeli. Hand of Uncut geschaut. Ja, dann. Dann sind wir auch mit dem gleichen Wissensstand ungefähr würde ich sagen. Obwohl ich 100 Stunden im Spiel habe. Aber ich fühle mich nicht so, als hätte ich 100 Stunden im Spiel. Ich fühle mich eher so, als hätte ich so 20 Stunden im Spiel gefühlt. Aber ja. Die 2 Miliske. Doch noch ein bisschen Resolve. Gegen Hexen und sowas. Resolve hat schon ein 10 stark. Ah, der soll schön tanken können. Der kriegt noch mehr Resolve. So, der kriegt auf jeden Fall Battleforge. Weil der hat schon ziemlich gute Rüstungen bei uns. 75% auf der Ami Damage to Armor von Attacks. Das sollte ihm einiges bringen. So, Zap. Plus 4. Sehr gut. Plus 3. Du brauchst aber schon ein bisschen Fatigue als Bogentyper. Ich glaube, das kostet dich einiges. Nehme ich Fatigue mit oder nehme ich irgendwie Range Defense mit? Ich nehme die Range Defense, wenn ich abgeschossen wird. So, und jetzt kriegt er aber den Bogen. Firing Range increased by 1. Weniger Fatigue von Bögen. Let's go. Habe ich übrigens gewonnen an Tag 148 oder so in dem Dreh. Ich habe ihn ignoriert bis jetzt. Ich habe ihn gestern und vorgestern ignoriert. Und das war dann ein nicht sonderlich ergiebiges Ding. Wie gesagt, außer XP halt. Ich glaube, wir hatten noch übel Glück, dass es bei Nacht war. Bestimmt, wir sind ja bei Nacht da rein. Imagine dieser Kampf bei Tag. Ey, wir wären so zerböllert worden. Hier gibt es auf jeden Fall günstig Holz. Ich habe keinen Platz mehr. No. Nehmt den Scheiß. Nehmt den Mist. Wer will denn sowas haben? Hier, da hat alles. Haben wir noch jemanden mit einem Kite Shield? Ne. Wir sollten, glaube ich, die Rüstungen reparieren. Wenn wir die Ersatzrüstung noch ein bisschen dabei haben wollen. 130, 110. Oder wir können hier 110, glaube ich, einfach verkaufen. Das lohnt sich nicht, die groß zu reparieren. Wir haben noch so viele Rüstungen dabei. Eigentlich auch 130er Rüstung, jede Menge. 90er brauchen wir auf jeden Fall nicht. Hauen wir mal eine 50er Rüstung bei uns? Ich glaube nicht, ne? Ne, die haben alle bessere Rüstungen. Selbst du kriegst eine bessere Rüstung. Dann kaufen wir diese Sachen. 183. Ja, meinetwegen. So, ich will das Holz haben. Äh, ich habe die Mission ignoriert und einfach die Truppen des Südstaaten so abgefangen, bevor sie die Grünen denn da angreifen konnten. Oder sich zu zwei oder drei Armeen zusammenfinden konnten. Dagegen 35 habe ich erst einmal zwei Stunden versucht. Legendäre Items. Alles zur Frage. Versprochen. Ich spiele jetzt auch meinen Stand parallel weiter. Du kannst gerne Fragen stellen. Legendäre Items. Ist manchmal in Städten, also gerade besonders in Städten bei, ähm, bei Schmieden. Also sowohl Waffenschmieden als auch Rüstungsschmieden. Oder bei Intervernen mal so maximal zweimal, glaube ich, bezahlen für die Gerüchte. Da gibt es manchmal Hinweise, wo du legendäre Items findest. Aber ich glaube, ab dem dritten ist es immer nur Müll. Also nicht mehr bezahlen. Soweit ich weiß. Von daher gibt es um das günstiges Essen. Ähm, Tavernen. Und dann sind das meistens Gerüchte von wegen, da gibt es irgendwo eine Krypta oder so. Und dann musst du die Krypta ausheben. Deswegen habe ich gerade zum Beispiel diese Brigantensache gemacht. Weil das war eine, eine Dingens bei mir. Eine, ein Gerücht. Und da kriegst du es dann normalerweise her. Glaube ich. Aber ich habe selber kein einziges. Also, ich besitze keinen, ich habe noch nie in meinem Leben ein legendäres Item besessen. Von daher. Achso, oder von Brigant Leaders. Die können es, glaube ich, auch haben, wenn sie sehr, sehr gut ausgerüstet sind. Aber selten. Sehr selten. Genau, ohne legendären Locations. Stimmt. So, und die Sachen können wir hier verkaufen. Das Ding und das Ding. Das ist, glaube ich, die Stufe 1. Das wollen wir nicht haben. Dat können wir verkaufen. Dat können wir verkaufen. Und dat. So. Und die sind mir, glaube ich, zu doof. Die will ich eigentlich auch nicht haben. Jeder Champion hat auch eins. Also, jeder Gegner mit Namen. Oh, jeder. Ich dachte, das können nur manche haben. Aber. Dann habe ich mich vertan. Da habe ich jetzt wieder was gelernt. Wie man sieht, bin ich auch noch nicht so gut da drin. Oder soll ich dich dabei? Ambush Trade Roots. Will ich hier irgendwas craften? Nee. Eher nicht. Butcher wäre ganz. Das Butcher wäre ganz gut. Äh. Puf. Nee, du. Nicht so ganz. Der kann, glaube ich, auch ganz gut sein. Aber der kann keine gute Defense haben. So richtig. Die Start Defense ist schon echt wichtig. Die Start Defense macht echt viel aus. Ja. Dann gehen wir mal weiter in unsere Sandwick Castle. Wo wir eigentlich hinwollen. Da ist nochmal. Also hier können wir einfach für XP kommen. Hier haben wir Brigands Farm. Hier ist nämlich ein Brigand Leader dabei. Den ich glaube ich nicht kriegen werde. Und ich glaube allen unseren Leuten geht es schlecht. Deswegen sollte ich jetzt da nicht rein. Also sie haben ziemlich viel abgekriegt. Deswegen drüge ich das. Aber der Brigand Leader ist zum Beispiel ein Gegner, der einen Namen hat. Und der dann wohl auch ein legendäres Item hat. Wenn man das dann von ihm kriegt. Das ist halt nicht garantiert, dass man die Drops kriegt. Okay, hier ist irgendwie die Brigand Invasion hier ausgebrochen. Wahrscheinlich von dem Ding, was ich da gemacht habe. Das ist kein Champion. Oh, Champions. Nicht Leader. Aber Leader haben trotzdem einen Namen. Oder meinst du auf der Weltkarte einen Namen? Das ist das andere. Okay, dann in Brigand Champions. Gibt es Brigand Champions? Es gibt auf jeden Fall Barbaren Champions. Okay, auf der Weltkarte einen Namen hat. Okay. Dann habe ich das jetzt verstanden. So, wir müssen eigentlich von dir wegkommen. Sehr gut. Okay, okay. Ich will auch mit 21 Mann rumlaufen. Ohne Passant Militia zu spielen. 32. Alles klar. So. Crowns well deserved. Die waren wirklich well deserved. So, 190. Ihr wollt mein Holz nicht haben, wie ich sehe. Was geht denn bei euch? Hier geht gar nichts bei euch ab. Nur 12 Mann ist Sedge. Ja, ne. Fischer. Können Fische irgendwas besonders gut sein? Ne. Das sind, glaube ich, sehr durchschnittliche. Renne ich mit 6 Austeckern rum. Ich habe heute zum ersten Mal, glaube ich, Austecker gesehen. Karawanenmission zu Erzfest. Das wäre komplett zurück, wo wir gerade herkommen. Was haben wir hier? Das ist eine Patrouillen-Quest, ne. 150 Kronen pro Kopf. Hunt for Alps, Unholz and Hexen. Für 1800 maximal. Alps habe ich leider keine, ich habe keine Netze mehr für Alps. Unholz finde ich okay, Hexen ist ein Problem. Hunt around the hills region of white golden mounds and other regions. Unholz sind eine Hassliebe. Unholz finde ich eigentlich voll okay zu machen. Ich habe jetzt, glaube ich, einmal Unholz gemacht. Alles unter 4 ist total easy. Ja, okay, vielleicht ist das der Punkt. Weil die sterben halt relativ langsam. Dann mal 9 Unholz. Ja, die sterben halt ewig nicht. Und dann werfen die Leute durch die Gegend. Dann hast du keine ordentliche Formation mehr, ne. Ne. Dann mache ich, glaube ich, lieber die Karawane zurück. Während sich meine Leute erholen können. Milie-Defense und Milie-Initiative. Ja, das ist okay. Abgesehen davon, dass es mein Dodge behindert. Ja. Dann machen wir die Karawane zurück. The Oracle has fallen on the Northern Crusaders. Okay. Also wie man sieht, meine Krise läuft noch komplett. News is coming from the Gilded Ones have conquered the Oracle. Okay, das geht hier hin und her. Bam, 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 bam. The Prestige right now on the White Raven is growing. Everywhere you go, people are looking to join. Dankeschön, Rehwels, für den Follower. Welcome. Welcome to the Hamlet. Ja, wir können noch jemanden. Wir können jetzt den letzten Follower holen. Wir haben 9000. Lookout wäre ganz geil, aber immer einen Scouting-Report kriegen. Und Zeit-Radius erhöhen. Aber ich glaube, ich wollte lieber das Surgeon, dass die Leute schneller sich erholen, wenn wir unterwegs sind. Dass ich die Verletzungen weniger habe und der Zwecke mehr kämpfen kann. Immer mit den Süden kämpfen, weil Designer das schlechtere Equip haben. Also wenn ich mit den Süden kämpfe, kriege ich die so ins Gesicht. Wir sind übrigens Fable inzwischen. Holy shit. Über uns werden Sagen erzählt. Weil die selber das schlechte Equip haben. Okay. Also ich kriege bis jetzt nur ins Gesicht. Nehme ich jetzt den Surgeon für 3,5k? Quartermaster, Ammunition. Den Quartermaster finde ich mit am langweiligsten. Also den brauchst du doch nur, wenn du diese Pass-Millisher oder sowas spielst. Weil du dann viel Munition eventuell brauchst. Weil du halt mehr Leute mitnimmst und auch mehr Fernkämpfer und so. Ansonsten habe ich das Gefühl, ist das echt wack. Negotiator verstehe ich noch. Aber der Bonus, den man beim Verhandeln kriegt, finde ich niedrig. Die Relations sind vielleicht noch ganz spannend. Dass man halt die höher halten kann. Extended Informations about Footprints. Eigentlich auch ganz geil. Eigentlich auch ganz geil. The Scout. Das ist das schneller Laufen. Das will ich behalten. Scavenger finde ich eigentlich auch ganz geil. Der Trader. Ja doch, ich trade schon relativ viel. Also Lookout oder Arzt. Ich glaube Arzt ist wichtiger, dass meine Leute überleben. Und ich immer die bestmöglichste Ausgangslage für die Kämpfe habe. Wenn es schwere Kämpfe kommen. Das wäre glaube ich eher, wenn man in der Wildnis rumrennt und Leute jagen will. Finde ich Stadtstaatenbekämpfe schwerer als die Notenmitte. Ich weiß nicht, ob ich das schwerer finde. Weil ich habe mit dem Norden wenig gekämpft bis jetzt. Und gefühlt sind die Leute auch ordentlich ausgerüstet. Und haben ordentlich was zu bieten. Von daher, ich glaube ich nehme den Surgeon. Den wollte ich die ganze Zeit haben. Let's go. Damit haben wir zum ersten Mal ein volles Lager. Oh, wir haben fast keine Supplies mehr. Da müssen wir demnächst einkaufen. Aber Trading Caravans gibt es hier noch im Löcher. Aber hier müssten eigentlich Briggans kommen, wenn wir hier rumlaufen. Hier waren ja vorhin Briggans. Müssten wir eigentlich einen Briggan Fight kriegen. Und inzwischen haben diese Leute sehr gut erholt. Das ist nice. Wir bringen erst mal den hier jetzt auf seinen... Ne, der hat seinen Perk, ne? Den tauschen wir jetzt. Weil wir brauchen für unsere Ambition ja noch einen zweiten. Auf dem... Ich habe Koch plus Arzt, um schnell fit zu werden. Koch ist mehr HP-Regeneration, ne? Ja, beim Koch müsste ich jetzt einiges an Essen kaufen. Das will ich gerade nicht. Dass hier überhaupt keine Briggans mehr kommen. Hallo? Briggans? Wir haben hier eine juicy Karawane. Kommt vorbei. Ein bisschen kämpfen. Action. Briggans? Okay, irgendwie das Holz will ich auch keine... Irgendwo jemand haben. Hier 216, ist echt günstig. Nehmen wir mit. Ammo haben wir. Der Rest wird, glaube ich, fallen. Ja. Dazu den Alchemisten, den Scavenger und den Scout. Und bin selber Poacher. Das heißt, du läufst sowieso schon schneller, ne? Ja, wenn du selber schon Poacher bist, brauchst du das, glaube ich, nicht. Aber die 15% Movement Speed zum Weglaufen oder jemanden einholen, wenn du jemanden jagst, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Wenn du es halt sonst nicht hast. Also du hast quasi den Buff schon. Aber dafür hast du halt weniger Inventar, ne? Da brauchst du mehr Kohle für Inventarplatz. Musst dir den Esel gekauft haben. Okay, wir sind einfach durchgelaufen. Für 1500. By relaxing after the day of work, Rollfeder comes up to you with a pair of dice and cup in hand. You have to wish to have a little game. The rules are quite simple. You roll the dice from the cup. Ach so, der ist Spieler, ne? Whoever has the highest number wins. It's pure chance. The waiter will be 25 coins per dice roll. Let's play. Hab gewonnen. Hab verloren. No more verloren. So mehr verloren. Scheiß drauf. Erzfest ist noch Well Supplied. Hier muss ich doch jetzt, wenn, ähm, Rehwilds, weil du vorhin gefragt hast, bei Well Supplied auf einer Feste, wo Armour und Weapons müssen, müsste es eigentlich ganz gute Sachen geben. Erstmal kriegen wir das hier irgendwie nicht los. Ähm, aber hier ist es tatsächlich nicht. Weapons müssen wir es vielleicht hier. Ja, zumal ich habe eine legendäre Waffe, glaube ich. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, woran ich erkenne, was named und was famed ist. Also famed sind, glaube ich, die wirklich legendären Waffen und named sind nur benannte Waffen, ne? Es ist richtig, es ist teurer zu kaufen, aber du hast eine höhere Chance, eine viel höhere Chance, das zu kriegen überhaupt. Das ist One Hand Hammer, der macht mit Rüstung richtig Hauptprozess. Das ist eine verbesserte Version von dem, ne? 30 bis 40, ja genau. Also das ist der Tier 3 auf jeden Fall hier. Genau, aber da kriegt man es her, weil vorhin die Frage aufkam, wo kriege ich es überhaupt her? Bräuchte man halt 11.000. Beides dasselbe, legendärer bekommst du nicht zu kaufen. Oh! Ja gut! Ach, 4.000, also teuer ist es hier gerade, hart. Armoura. Armoura ist, glaube ich, auch teuer. Aber es ist nicht günstig auf jeden Fall. Es ist nicht günstig. Training Hall könnten wir noch machen, aber wir haben Stufe 5 oder das ist schon ziemlich teuer. Und wir haben da vorhin noch... Wir haben noch einen Grimwald, warum darf ich den ja nicht trainen? Ach, der hat noch ein Training. Den haben wir noch gar nicht benannt! Rebels it is! Ich nenne jetzt nicht Rebels 3000, sondern Rebels reicht hoffentlich. So. Der hat noch, der hat noch, der hat noch, der hat noch. Ja, was haben wir hier für eine Aufgabe? 1.500 ist eigentlich voll okay. Conquer the Oracle. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Conquer the Oracle der Bezahlung an Schwierigkeiten entspricht. Das glaube ich nicht. Ja, aber wenn die Bezahlung so niedrig ist, können die doch nicht sonst was für Gegner da reinballern. Ja, also nur ein Kopf und 1.550 für im Heiligen Krieg das Oracle. Bedeutet das gerade dann, die Südländer haben dort fast nichts? Also das Spiel müsste ja dann so ein bisschen das halbwegs okay jetzt erstellen. Hier eigentlich irgendwas Spannendes. 225. Nehme ich glaube ich nochmal eins mit. Das sind Heidos, die nur durch die Quest geschaffen werden. Ne, Oracle gibt es auch so. Also das hat nichts mit einem Heidor zu tun. Das ist eine heilige Krieg-Quest. Hier ist es sowas hier. Das habe ich schon entdeckt in Fallen Star. Hier gibt es einfach permanent, darum wird gekämpft. Und das Oracle ist glaube ich irgendwo hier drüben. Oder hier. Das habe ich schon mal gemacht und habe ich aber neu geladen, weil ich übel ins Gesicht gekriegt habe. Ich glaube, das ist hier in dem Bereich. Das dürfte eigentlich permanent existieren, denke ich. Ja, aber ich hatte auch schon Quests, um den Fallen Star hier einzunehmen. Und wir hatten ja auch gerade schon Mitteilungen, hey, die Südländer oder die Notländer haben das Orakel eingenommen. Deswegen wundert es mich so. Ja gut. Ich speichere mal die Kampagne und ich würde sagen, das überlegen wir uns das nächste Mal. Weil für mich reicht es dann erstmal. Ich habe nämlich noch nichts zum Mittag gegessen. Beide.